Hi Leute und herzlich willkommen zu einem anderen Video. Heute spinnen wir fast um Phobia und... Ja. Also ich rede jetzt nicht mit euch, sondern... Ja. Oder Futterferkeli. So. Oh. Sturm ist an. Äh, der Knochen liegt im Kinderzimmer auf dem Teppich. Okay, ich komm gleich. So. Wo bist du? So. Aber der führt hier in der Küche was rum. Es, Zimmer. Ich meinte die Teller um sich. Das dachte ich doch. Irgendwo hier... Ja. Okay, der Geist ist hier. Im... Wohnzimmer. Gute Kopfkamera holen, wenn es die gibt. Was soll denn eigentlich hier machen? Hinweise haben wir noch nicht, oder? Ne. Doch, EMF-Reader. Ne, haben wir nicht. Entkommen sie den Geist während einer Jagd. Entkommen sie den Geist während einer Jagd. Äh, ich nehme mal eine Box. Okay. Ich messe mal die Temperatur. Warum leckt das überhaupt so? Keine Ahnung. Esse mal. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Also hier ist nix mit Temperatur. Wie alt bist du? Fingerabdrücke. Hier. An der Kellertreffer. Wie alt bist du? Fingerabdrücke. Hier. An der Kellertreffer. Wo bist du? Also die Temperaturen sind nur so 5 Grad. Wie viel sind die Temperaturen? 70 Grad? Nein, 5 Grad. Also 5 Grad. Ah, jetzt sind 3 Grad. 3 Grad. 3 Grad. Wo bist du? Wo denn? Wo denn? Zeig mal wo denn? Hier im Flur vor der Kellertür. Oh 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 oh. 8,5 Grad. 264. Ja. Wir haben aber auch Dot. Also Dot ist auch ein Beweis gerade, oder? Ja, ich hab gerade gesehen. Ok, Dot. Dottis. Oh, es kann eine Banshee sein. So. So, dann machen wir jetzt mal ne Kamera hier dran. F. Oh ne, geht's schon mit. Ja, hier im F oder? Äh, Ort. Ja. Ich geh mal kurz mit der Kamera rein. Und schade die dann kurz hier hin in den Flur so. Äh, ich nehme mir nochmal eine andere. Also, das Spiel ist eigentlich nicht ganz entspannt geworden. Also, es war eigentlich schon immer entspannt. So gruselig ist es jetzt auch nicht. So. Geisterorps, das sind Geisterorps, Geisterorps, Geisterorps. Geisterorps. Es ist ein Banshee. So. Es ist ein Banshee. Ok, wir können losfahren. Ok, wir können losfahren, dann haben wir alles gelöst. Sehr gut, bravo. Das war ja fast ein Speedrun. Auf jeden Fall, das war ein Run wie auf Speed. Ich hole mir ein Crucifix. Ähm, wollen wir noch Aufgaben machen, oder? Klar. Also, lassen sie ein Teamekrieg Zeuge eines Events werden. Wo sind die fast Crucifixer? Also, ich hab keinen Crucifix. Barbara Johnson. Ok. Ich brauch so einen Crucifixer, sonst bin ich am Abend. Ich brauch so einen Crucifixer, sonst bin ich am Abend. Ok. Barbara Johnson. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Barbara Johnson. Wo bist du? Bist du hier? Ok, das bringt nichts. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Und du. Bist du hier? Der Innen ownership ist... Gibt es hier noch irgendwelche Aufgaben? Entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Wir müssen ihn aggressiv machen. Leute, wir müssen ihn aggressiv machen. Okay, verstehe. Wir müssen ihn aggressiv machen. Wo bist du mein Sonnenliebens? Warte, ich will das hier mal mit. Ich will mal ein paar Fingerabdrücke sehen. Aber da haben wir schon Fotos. Fingerabdrücke, Knochen. Ich sehe kein Knochen, aber egal. Oh, ne Kamera nehme ich auch mal mit. So, keine Ahnung. Wir rühren dann hier umher. Ich guck mal. Ekelhaft. Ja, manchmal ist das so. Du machst auch immer Kaka. Dreimal täglich. Ne, ich bin unschuldig. Ich mach nie das. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Oh, Wasserhahn ist angegangen. Na gut. Barbara Johnson. Das hat irgendwer angemacht im Wasser. Barbara Johnson. Ja, kann sein. Ich mach mal wieder aus. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Ich glaube, der ist auf dich fixiert. Sieht nett auf mich. Holferkeli. Barbara Johnson. Ha ha ha. Barbara Johnson. Ha ha ha. Barbara Johnson. Warum habe ich am liebsten? Barbara Johnson. Ich weiß, wir haben längst. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Barbara Johnson. Barbara. Barbara. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sich die Exe versteckt hat. Erst mal schöne dickere Bananen nicht trinken. Jetzt. Wer ist gestorben? Ich bin hier extra hinterher gerannt, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich wollte einfach mit dieser Zeit tanzen. Na gut, fahren wir los, dann haben wir alles geschafft jetzt. Wieso? Wir haben noch nie mal eine Aufgabe. Wir müssen in der Jagd hinkommen und wir müssen in der Scheißkaste. Willst du noch in der Jagd hinkommen oder nicht? Ja, nie wirklich wohl. Oder müsste der Geist hinter uns herren? Wir müssen in der Taschenlampe an. Oh shit. Der Geist huntet wieder. Kameras gucken, Kameras. Nein, der huntet nicht. Der huntet nicht. Warum war die Tür eben abgeschlossen? Der huntet nicht. Ich höre es nicht, der huntet nicht. So, jetzt allemal rein. alle mann rein und sich jagen lassen das war ich versuche ein bisschen tagzeit ja zeit dass ich den geist hier endlich maria currywurst mit pommes und so barbara johnson barbara johnson barbara johnson barbara johnson barbara wo bist du denn barbara barbara ich will ein foto-shooting von ihr machen machen wir ein foto-shooting barbara johnson ernsthaft verkele ok er handelt ich riskiere es halt wenn ich jetzt sterbe und der geist noch ok was ich habe überlebt habt ihr den geist eben gesehen oder ja ich habe ihn gesehen das war so ein kleiner typ als 50 groß mit dem g-score barbara johnson soll ich riskieren ein foto von ihr zu machen auch wenn ich sterbe ok ich versuche es barbara johnson barbara johnson barbara johnson also also du siehst hier sind sicher ich habe grundsie fixier was ich habe Wir haben eine Bittermeer. Hast du ein Foto gemacht? Ich habe keine Bilder mehr gehabt, also ich habe versucht, also ich habe ihn eigentlich fast erwischt, aber jetzt habe ich keine Fotos mehr. Nein, ich habe noch... Wie hat der Geist niemand gejagt? Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen, er ist die ganze Zeit vor mir entlang gelaufen. Dann könnte es sein, dass er auf dich fixiert ist, Junge, dann komm nochmal rein. Okay, ich komme. Aber ich habe jetzt halt nichts mehr, was ich machen kann, irgendwie. Also, haben wir jetzt schon alle Aufgaben abgeschlossen? Ich habe ein Foto gemacht. Also, ich stand hier, ich stand hier und der Geist ist da beim grünen Flur entlang gelaufen. Barbara... Ist er vielleicht doch nicht auf dich fixiert, wundert mich aber... Also, er ist ganz seit hier entlang gelaufen. Oder er will Ferkel die fressen. Er ist ganz seit hier so entlang gelaufen, hier durch den Flur so. Eben F wieder auf hier. Barbara Johnson! Barbara Johnson! Wo bist denn du, hä? Wo bist denn du? Wo bist denn du, hä? Ferkeli möchte gefuttert werden! Hallo! Ich bin's Peinox! Ich bin's Peinox! Okay. Ich bin's Peinox! Papa ist genau who zum Steinen! Ich bin's Peinox! Ich bin's Peinox! Ich bin's Peinox! Ich bin's Peinox! Achtung! Es hat endlich geklappt. Ich hab null Interaktion. Okay, wir fahren los. Jetzt geht's los. Wir fahren jetzt. Ja, ich muss ja auch offline jetzt. Okidoki. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann lasst ein Like da. Und ja, und bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Abo da, hab ich fast vergessen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Okay, ciao und bis zum nächsten Mal.